Wie stellen wir die denn auf? Wie jetzt wohl, ich denke eigentlich unten drunter, oder? Ich würde sagen, wir stellen die unterirdisch auf. Ups. Na gut. Ich dachte mir so, also ich hatte eigentlich nicht vor, das bei mir noch aufzubauen. Naja, bei mir aufbauen könnte ich auch lange fliegen können. Wie viele haben wir jetzt hier? Hm. In der Welt fliegt jetzt nicht so ein Senszeug. Einmal 64 und einmal 48. Gut, hier ist er noch welche. Und dann brauchen wir ja noch den anderen Urf. Die Kokorei brauchen wir ja auch noch. Da brauchen wir Sand und Ziegel. Genau, und da geht's nämlich schon los wegen... Wann? Ne, Sand nicht. Wiegel? Schon? Ne, Clay, genau. Lehm. Lehm, genau. Moment. 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 Wie ich jetzt extra umsonst zu euch? Ne, 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 ne. Alles ist gut. Hier ist das heißt, ihr braucht den Magma Creme. Ja. Gut. Weil das war jetzt da ein bisschen... Ja, aber nicht. Komplett für umsonst. Mökel, Mökel, Mökel von Mökel. Kannst du dir das zu machen? Ich hab' ja schon mal mit der Pfeil... EsMmh. Suck. Mökel, Mökel, Mökel! Zack. Ich mach' doch hier hinten bei mir gucken. Da wächst da ja was. Du-du-du-du-du-du-du... Was bitte wächst was? Da bist du da ja... ... dann house drauf! Nöööööö. Vess More. са, ne ich nicht... Was hat jemand etwas verlassen? Äööööööhm... Komisch... Wenn man von Remos ist, der Auto geschlossen ist. Eine Dame Hast du ne Verbindung von Rainbow Tost geschlossen? Mhm. Ich weiss nicht. Wir sind noch online. Ich schmier gleich ab. So. Kein Schorden? Mhm. Ja, warte ich. Sand. Hä? Jetzt hab ich Schorden gekriegt. Da ist er bloody. Mhm. Guck mal was ich für dich hab. Ich hab gesagt, kannst du oben in die... danke dir. Jetzt kannst du oben in die Kiste oben reinschmeißen, du musstest mir nicht in die Hand drücken. Unbedingt. Ist ja langweilig. Hm. Zum Silversor. Achso. Ach ja. Ich hab... Kein... Du hast kein Klee, ne? Nee, das ist echt nicht. Das Quart singe. Das Quart, das andere ist... Morbel. Ich muss echt sagen, jetzt vermisse ich... ...meinen Mod. Echt? Ich hab ja Klee, aber das ist ja schon als verwandelt in meine Däscher, die ich damals in den Ring gebastelt hab überall. Weiß noch nicht, äh. Wofür krieg ich der Form, ich weiß. Ähm, ähm... Ja. Geht echt nicht schnell, das Formen. Ich kann nämlich... ...ins Wasser. Ich ne Schaufel? Äh... Ach du Gott. Ich hab ja ne Reinforced Schaufel hab ich hier. Die kennt du denn? Die macht ein 3x3feld. Ach du, mein Bruder. Schüssel. Wie du gerade hier eingeschmissen hast. Ach so, Schüssel. Ups. Ein Schüssel, äh, Schüssel. Du, halt, meinst, das Ding, was du hier... ...weißt. Ne, das nie. Das hier. Das bleibt... ...das bleibt... ...das bleibt... ...das bleibt... ...die bleibt... ...das. ...das. Ist doch. Nope. Äh... ...sagen wir mal... ...obsteh überhaupt noch was in meinem System drin. Das ist doch genug, geh was. Du, Laddy? Ja. Könntest du mal zum Jürgen vor... ...wackeln? Können wir. Ja. Und dann lass die Schaufel machen. Oh, ne grüne. Von den hab ich mehr als genug. Von wegen Diamanten. Smaragde. Smaragd Schaufel sind gut. So, ich komm mal rüber. Du hast extra Smaragd dafür ausgegeben. Ne, hier die... ...nicht die... ...nicht die Immerworld hier. Sondern die anderen von Project Red. Ach so, ja. Gibt's so blaue und grüne und rote Gipfer da. Hab schon viel zu viel. Wo man sich damit anstellen soll. Hä? Ne, das ist falsch. Ach, da ist er jetzt. Geh mal hierher. Ne, Mutter Nase. Ich bin drüben da, mein Haus. Hä? Hä? Hm? Hast du ähnlich? Ne? Nein, 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 nein. Falsche Richtung, falsche Richtung. Ach, jetzt weiss ich wo du bist. Bei mir Presspempel. Löffer gesagt. Ach ja. Ich muss mich einfach dran gewöhnen wieder, dass hier der Name Grauwulf, das ist das der Punkt ist, ne? Wo du bist. Also sozusagen hier, dein, mein Markierungspunkt ist das. Ja, komm schon. Und so, Momokli. Du bist ja. Ja, ich bin, warte, bleib unten. Da haben wir ja schon. Komm mal hier, in diese Kiste rein. Du, du, du sehn doch die Rampe hier, ne? Ja. Dann gehen wir daneben. Was ist das? Was ist das? Was macht das bei mir in der Kiste? Da war irgendwas. Ich weiss aber nicht mal, was ich da gestapelt habe. Oh Gott, das Bild ich hab auch nicht mehr. Das war irgendwann bestimmt auch welche Treppen oder Slabs oder Stuhlhut. Oh, Stuhlhut. Oh, Stuhlhut. Gute Frage, nächste Frage. Ähm. So. Okay. Okay. Entschuldigung, bei dir drüben warst du eben nicht gucken. Aha. Ich wüsste doch nicht, was du hier alles versteckt hast. Oh, nichts. Absolut, gar nichts. Aber ein Zombie, das ist bei mir versteckt hier. Was hat mich versteckt? Zombie. Du, ich hab gerade mal eine Anfrage von jemandem. Ein Stein. Von wem? Von wem? Ich hab mich auf dem Ausreden. Okay, hab ich jetzt. Wie sieht's denn aus wieder wegen dem Stream? Wie wegen dem Stream? Wegen dem Stream. Wegen dem Stream. Wie geht's denn los? Ach so. Ach, jetzt kommt's. Was denn bei uns oder wie? Ja. Wie denn das jetzt? Wie geht's denn? Von wem kommt die Anfrage? Ja. Vom Esel. Haha. Ähm. Das musst du erst mal gucken, wie wir das überhaupt hinkriegen, keine Ahnung. Ja. Ich bin ja schon selbst angefüllt. Ja. Verraschieren. Ist aber auch gemütlich bei dir, mein Freund. Ja. Hm. Ja. Hm. So und nicht, desto trotz gehe ich trotzdem mit dem Rücken. Oh. Tannack. Ach ja. Ein wenig durcheinander heute, ja? Ja. 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 E Полистый Meinheit. Aber P Seni. Du kannst diche drehen, lass mal. Kannst du nicht trock industry Mitarbeitern mit dem Biss answered? Ja, du kannst mir ja lingering reagieren. Ich bin klar, ich bin elfter, aber nicht mögen. Da war auch einfach nicht. Wiev Gabriens ober davon. Ich finde ich in den Platz, ich komme zu. Der Esel kann auch wieder Minecraft mitspielen hier. Esel? Ich glaube nicht. Oder der Esel? Ach, das ist Esel. Hier wollen wir noch mehr Clay. Ich glaube nicht, dass ich das nicht mache. Wir müssen auch bedenken, es gibt jetzt so viel Ich-Wes, das ist hier dabei schon. Für eine Railcraft gibt es jetzt nämlich auch, glaube ich, die elektrische Lokomotive ist dabei. Gibt es jetzt auch elektrische Schienen. Und da kannst du jetzt auch über eine Schlucht, zum Beispiel mit einem Force-Track-Emitter, also mit der 1196 Doppelpunkt 3, kannst du über eine Schlucht, wenn du unbedingt Strom gibst und ein Western-Signal, mich solche Schienen machen, solche elektrischen Schienen. Die kann die Zugtube fahren. Cool. Okay. Hm. Ach so. Nett, nett. Gut, ich brauche jetzt trotzdem den Coke-Ofen. Da ist er noch. Ä, äh, Elk? Der Coke-Ofen. Das wurde nur ein 3x3x3, genau. 3x3x3? Äh, okay. Unten waren es sechse, unten waren es eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, unten waren es neune. Neune, hier sind es achte. Dann sind es wieder neun. Ja, hab ich mir fast gedacht. Jetzt geht mir den Sand wieder aus. Ähm, machen wir 200 Sand hier, okay. Wo stellst du Sand her? Indem ich, ähm, Cobblestone, ähm, in eine Seegemühle stecke oder in, in eine zerkleinere Stecke. Achso. Wird pulverisiert oder pulverisiert, geht auch noch. Wird pulver? Cool. Ja, wer jetzt ein, zwei, drei, vier, sechs. Aber kannst du dir am Esel Martin Livestream schicken, den Link. Kannst du dir mit zugucken. Schön erledigt. Oh. So. Ich komm mal, Alter. Das ist der Blöden. Was war hier? Sechste. Nöne. Also, einen hab ich schon zusammen. Wie viel braucht man eigentlich? Wie viel braucht man eigentlich? Eieiei. Wie viel braucht man? Wie viel alan machen? Warum? Ich bin gerade auf dem Rückflug. Ich bin ein paar Steaks. So, wo hast du denn jetzt den Hochofen? Wo bist denn du überhaupt? Mach dich ran jetzt hier! Ich bin da wo unterwegs. Siehst du das? Ne. Hm? Ne. Da müsste ich ja auf der großen Korte gucken. Der Tommy ist hier, ja. Bleib doch mal ganz unruhig hier. Ich bin die Unruhe in Person, weißt du doch. So, wird in dein System gespeist. Sehr schön, danke dir. Ja. Müsste es dir wieder vor den Füßen werden. Wird aber ein Eventor wieder ziemlich voll sein, danke, ja. Das geht ja gar nicht. Nein. Den Becken müssen wir auch noch umhören. So. Dann sage ich mal Hallo Esel Ohr. Die gerade bei uns sind. Was wie jetzt? Irgendwann sieht's. Wie man sieht's, ich sehe nicht. Ich auch nicht. Habt ihr Augen zu. Aber ich weiß, dass uns das Eselchen zuguckt. Achso. Aha. Esel. Gibt's doch sowas. Still und heimlich. Naja, still und heimlich. Noch nicht mal registriert wirst du? Naja, naja. Müssen sie alle registriert sein? Naja, nicht unbedingt. Man kann sich ja auch mit einem, wie nennt sich das, Facebook Account einloggen. Langweilig. Ich glaube ich zumindest. Ah, trotzdem sei gekussed. Ja, kann man. So. Ähm. Break. Und dann brauchen wir noch Zip-Sand. Zip-Sand. Zip-Sand wieder. Zip-Sand wieder. Zip-Sand wieder. Zip-Sand wieder. Was? Zip. Jetzt wie mit einem Miesle-Kling. Zip. bevor es so ist, Miesle-Kling an. Zip-Zip-Zip-Zip Zip-Zip. Die Grüße zurück sind angekommen. Das ist schön. Welche Grüße? Ich bin nur in so'n Eselohr. Ich hab keine Eregen. Ich bin nur für große Männer. Juhu, mach das! Juhu! 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 So! Also ich hab jetzt 2 Kurgöfen, plus den wir noch unten stehen haben hier. Mhm. Ich habe ja noch die anderen einstecken, wir müssen erst mal das Untergeschoss ausheben, oder nicht? Ja, hast du noch den Rest davon, von den Hochöfen? Sag mal! Warte, ich möchte nur jedes mal deinen Müll zu, oder? Jo, man kann es ja mal versuchen. Das ist eine Karotte, die wirft so Diva. Ach nee, 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 nee. Ich sehe, wir haben eh einen Gast, komischerweise den Gast, den zeigt es mir mit Namen nicht an. Musst du doch auch nicht. Bleib doch mal ganz unruh, die Schlepper. Was? Bin ich doch! Ja, ich merke. Was? 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 Ich werde es gelesen. das ist so müssen wir in den Untergrund wo wollen wir runter ich bin ja auch gut wo auch mit der eigenen Stelle können wir mal einer hier unter Wasserlicht anmachen ich sehe nicht mehr ich sehe hier nicht mehr ein glück das ist auch man bezahlt das ist nicht möglich kommen was dort bestimmen das ist so wichtig das ist immerhin blattig geredet so steht ein zweiter oder erst einmal immer noch büro tippse nichts gegen büro tippsen ich hab nur kaffee auch wenn ich dir so ein hauften von dem zeug so grau wollte ich die wollen eigentlich gehen ich hab ja gerade für die leben abgefunden warte mal warte mal warte mal mit punkt 1 2 3 streichen 4 weil da gewusst ist ja hier hoch ja noch ein jahr karten die karten wurden müsste man muss man wohl die immer fahren so ein bisschen helle machen hier sehr das war aber eben im platz lassen unter bei drei hohen er hat das wollte es nur an einladen für uns alle einladung für uns alle hoch 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 rückwirkung frischer Kaffee bei mir und erinnern jetzt ist gut hakebutte hakebutte oder welche ausgefallenen sachen die habe ich nicht du kriegst morgen hoff die Glütentee hier wieder also ich würde eh ins platz lassen müssen zwischen decke und produktionsdings da müssen wir noch eins runter bohr weil du weißt wir müssen ja oben noch die pipes noch vorlegen das hat sowieso noch so ein ding pipes was ist das dann verlegt man halt dein rohr das ich wollte es doch nur so der ist doch gut du hast ja gesagt so bitte ich bin das und ich habe aber auch klar ja und genau ich bin das stimmt und war es stimmt ich bin dabei so kann man verlegen das das ist ich bin das ich bin es ist unternehmen Prozent zählt das stimmt das stimmt dann nicht mit dem Porto und geht das Leben zu in der Jahrhundert sind wie alt Ich hab dich gleich mal tiefer gelegt. Naja, ich hab's mitgekriegt. Ach, tiefer leben du da auch noch. Ja, alles muss, alles muss. Alles muss raus hier. Alles muss raus zum halben Preis. Was soll's denn kosten? Nein, immer Preis. Warum soll's da auch noch? Der kotzt sich in der Erde aus. Ach man, Mistel. Ja, du hast hier irgendwie kein System, den Rucksack einstecken, oder nicht? Immer auf die Kleen. Ne, hab ich nicht. Doch, ist er. Und dann sollen sie wachsen. Hm. Ähm, Bloody? Ja? Bekomm ich einen heiligen Schein? Wieso? Bist du Scheine heilig? Ja. So, mein Freund, warte nun hier. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Das war ja. Brauchst du auch 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 nicht. Weißt du, willst du nicht, willst du darauf fragt keiner? Na, das mag ich gerade. Doch, die wollen's alle nicht. Wer will denn bei dir schon? Niemand. Das will. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja. Ja, klar.